Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Basti Liest. Es geht weiter mit Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Im letzten Part haben wir damit aufgehört, dass Harry und Ron in den verbotenen Wald gegangen sind und Aragok getroffen haben. Einer riesigen Spinne, die fast blind ist, die aber Hagrid vor 50 Jahren gerettet hat. Wir lesen weiter. Ich sagte Aragok und klapperte zornig. Ich wurde nicht im Schloss geboren. Ich komme aus einem fernen Land. Ein Reisender schenkte mich Hagrid, als ich noch ein Ei war. Hagrid war damals noch ein Junge. Doch er sorgte für mich und versteckte mich in einem Schrank im Schloss und fütterte mich mit Essensresten vom Tisch. Hagrid ist mein Freund und ein guter Mann. Als man mich entdeckte und mir die Schuld für die Tote des Mädchens gab, da beschützte er mich. Seither lebe ich hier im Wald, wo Hagrid mich immer noch besucht. Er hat sogar eine Frau für mich gefunden. Mursack, und du siehst, wie unsere Familie gewachsen ist. Alles Dank Hagrids Güte. Harry raffte den letzten Rest Mut zusammen. Also hast du nie, nie jemanden angegriffen? Niemals, krächzte die alte Spinne. Es wäre nur natürlich für mich gewesen. Aber aus Achtung für Hagrid habe ich nie einem Menschen Leid angetan. Die Leiche des Mädchens, das getötet wurde, hat man in einer Toilette gefunden. Ich habe nie einen anderen Teil des Schlosses gesehen, als den Schrank, in dem ich aufwuchs. Unser Eins mag das Dunkel und die Stille. Aber dann, weißt du, was wirklich das Mädchen getötet hat, sagte Harry. Denn was immer es ist, es ist zurück und greift wieder Menschen an. Seine Worte ertranken in lauten Zangenklickern und im Rascheln vieler langen Beine, die wütend über den Boden stacheln. Um ihn her huschten große schwarze Schatten. Das Wesen, das im Schloss lebt, sagte Aragog, ist eine uralte Kreatur, die wir Spinnen mehr als alles andere fürchten. Ich erinnere mich noch gut, wie ich Hagrid angefläht habe, mich gehen zu lassen, als ich spürte, dass das Biest in der Schule umherstreift. Was ist es? fragte Harry eindringlich. Abermals lautes Klacken und Rascheln. Die Spinnen schienen den Kreis enger zu ziehen. Wir sprechen nicht davon, sagte Aragog zornig. Wir nennen es nicht bei Namen. Nicht einmal Hagrid habe ich je den Namen dieser fürcherlichen Kreatur genannt, obwohl er mich viele Male gefragt hat. Harry wollte nicht weiter auf ihn einreden, nicht eingesichts all dieser Spinnen, die von allen Seiten her auf sie zugetränkt kamen. Aragog schien das Redens müde zu sein. Langsam wich er in sein Kuppelnetz zurück, doch seine Artgenossen drangen ganz allmählich weiter auf Harry und Ron vor. Dann gehen wir jetzt einfach, rief Harry verzweifelt, Aragog zu, und schon raschelten die Blätter hinter ihm. Gehen? sagte Aragog langsam. Ich glaube nicht. Aber, aber, meine Söhne und Töchter rühren Hagrid nicht an, auf meinen Befehl hin. Doch ich kann ihnen frisches Fleisch nicht verwehren, wenn es so bereitwillig in unsere Mitte kommt. Adieu, Freunde von Hagrid. Harry wirbelte herum, wenige Meter von ihm entfernt, ragte eine feste Wand aus Spinnen empor, die mit ihren Greifern klickerte. Ihre Augen schimmerten wie hässliche schwarze Knöpfe. Schon als er nach seinem Zauberstab griff, wusste Harry, dass es nichts nützen würde. Es waren zu viele. Doch als er aufzustehen versuchte, bereit kämpfend zu sterben, hörte er einen lauten, langgezogenen Ton, und ein Lichtblitz flammte durch die Senke. Mr. Weasleys Wagen donnerte den Abhang herunter, mit gleitzenden Scheinwerfern und schrullhupend, und er rempelte dabei rechts und links Spinnen um. Mehrere von ihnen landeten auf dem Rücken, und ihren endlos langen Beine ruderten durch die Luft. Kreischend fiel der Wagen vor Harry und Ron, die Türen flogen auf. Wohlfragen, schrie Harry, und hechtete auf den Beifahrersitz. Ron packte den Saurüten um den Bauch, und sie landeten japsend auf dem Rücksitz. Die Türen schlugen zu, Ron sah absolut reglust da, doch der Wagen brauchte ihn nicht. Mit tröhnenden Motoren fuhren sie davon und warfen unterwegs noch mehr Spinnen auf den Rücken. Sie rasten den Abhang hoch und aus der Senke heraus. Bald jagten sie krachend durch den Wald. Äste peitschten gegen den Wagen, während er sich pfiffig seinen Weg durch die breiten Baumlücken bahnte. Offenbar wusste er, wo er es lang ging. Harry drehte sich zu Ron um. Sein Mund war immer noch zu einem stumpfen Schrei geöffnet, doch seine Augen hüpften nicht mehr. Bist du in Ordnung? Ron starrte geradeaus, brachte kein Wort heraus. Der Wagen krachte durch das Unterholz, Fang heulte laut auf, und sie... Was? Und als sie knapp an einer großen Eiche vorbeizuschten, brach ein Seitenspiegel ab. Nach zehn lärmend erfüllten, erfüllt holprigen Minuten lichteten sich die Bäume und Harry konnte hier und da einen Flecken Himmel erkennen. Der Wagen stoppte so je, dass sie fast durch die Windschutzscheibe flogen. Sie hatten den Waldrand erreicht. Fang warf sich gegen das Fenster. So ungestüm drängte er nach draußen. Und als Harry die Tür öffnete, petzte er mit eingezogenem Schwanz los durch die Bäume hindurch auf Hackwits Hütte zu. Auch Harry stieg aus und nach einer Weile schien auch Ron seine Glieder wieder zu spüren und folgte ihn mit steifen Bewegungen und starren Blick. Harry gab den Wagen einen dankbaren Klaps und er fuhr zurück in den Wald und verschwand. Harry ging noch einmal in Hackwits Hütte, um den Tarnumhang zu holen, fanglang, zitternd unter einer Decke in seinem Korb. Als Harry wieder nach draußen kam, sah er Ron im Kürbisbild stehen und sich herzhaft übergeben. »Folg den Spinnen«, sagte Ron, matt und wischte sich mit den Ärmeln den Mund ab. »Das werde ich Hackwit nie verzeihen. Wir können von Glück reden, dass wir am Leben sind. Ich wette, er glaubt, Aragok würde seinen Freunden nichts tun«, sagte Hackwit. »Das ist ja gerade Hackwits Problem«, sagte Ron und hämmerte mit der Faust gegen die Hüttenwand. »Er glaubt ständig, Monster sei nicht so schlimm wie ihr Ruf. Und du siehst ja, wohin es ihn gebracht hat, in eine Zelle nach Asgaban.« Er zitterte jetzt hilflos am ganzen Körper. »Was hat es uns gebracht, uns da reinzuschicken? Was haben wir herausgefunden, möchte ich gern wissen.« »Dass Hagrid die Kammer des Schreckens nicht geöffnet hat«, sagte Harry, warf Ron den Umhang zu und zog ihn am Arm, um ihn zum Gehen zu bewegen. Er war unschuldig. Von Ron kam ein lautes Schnauben. Offenbar stellte er sich etwas anderes unter Unschuld vor, als Aragok in einen Schrank aufzupäppeln. Das Schloss ragte nun über ihn auf und Harry zog am Tarnumhang, damit ihre Füße bedeckt waren. Sie schoben vorsichtig das knarrende Tor auf, durchquerten die Eingangshalle, stiegen die Marmortreppe empor und huschten mit angehaltenem Atem durch die Gänge, in denen aufmerksame Wächter umherliefen. Endlich erreichten sie den Gemeinschaftsraum der Gryffindors, wo vom Feuer nur noch glühende Asche übrig geblieben war. Hier waren sie in Sicherheit. Sie nahmen den Tarnumhang, kletterten die Wendeltreppe zum Schlafsaal hoch. Ron sank in sein Bett, ohne sich die Mühe zu machen, die Kleider auszuziehen. Harry jedoch fühlte sich nicht besonders müde. Er saß auf dem Bettrand und dachte angestrengt über alles nach, was Aragok gesagt hatte. Die Kreatur, die irgendwo im Schloss lauerte, hörte sich nach einer Art monsterhaften Voldemort an. Selbst andere Ungetümer wollten es nicht beim Namen nennen. Doch er und Ron waren keinen Schritt weiter gekommen, bei ihrem Versuch herauszufinden, was es war und wie es seine Opfer versteinerte. Selbst Hagrid hatte nie gewusst, was in der Kammer des Schreckens steckte. Harry schwang die Beine aus Bett und lehnte sich gegen die Kissen. Durch das Turmfenster funkelte der Mond. Er wusste nicht, was sie noch tun konnten. Überall waren sie auf lose Enden gestoßen. Riddell hatte den Falschen erwischt, der Erbeslüsselung war davon gekommen und keiner konnte sagen, ob es dieselbe Person war oder eine andere, die diesmal die Kammer geöffnet hatte. Es blieb niemand übrig, den sie fragen konnten. Harry legte sich hin und dachte über die Worte Aragoks nach. Er war schon halb eingeschlafen, als ihm etwas einfiel, was ihm wie eine letzte Hoffnung vorkam und plötzlich saß er wieder kerzengerade auf dem Bett. Ron zischte er durch die Dunkelheit. Ron! Ron wachte mit einem Jaulen auf, das ihm das Anfang erinnerte, blickte wild umher und erkannte dann Harry. Ron, dieses Mädchen, das gestorben ist! Aragok sagte, sie sei in einer Toilette gefunden worden, sagte Harry und achtete nicht auf eine wild schnaubende Schnarchen in der Ecke. Was, wenn sie dieses Klo nie verlassen hat? Was, wenn sie immer noch da ist? Ron rieb sich die Augen und blinzelte Stirnrunzen durch das Mundlicht und dann begriff auch er. Du glaubst doch nicht etwa, nicht die maulende Myrte. So, ihr Lieben, das war Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Das nächste Kapitel startet im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich würde mich freuen und sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. 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 Tschüssi.